Hey, du suchst einen Minecraft-Server-Horster? Dann bist du hier genau richtig, denn heute stelle ich dir die Seite nextsurf.de vor. Viel Spaß mit dem folgenden Video. So, und jetzt kommen wir direkt zu dem Teil, wie ihr euren Minecraft-Server bestellen könnt. Und das ist ganz einfach. Ihr geht auf die Rubrik Minecraft-Server und wählt in dem folgenden Feld eure Werte für euren Minecraft-Server aus. Ihr könnt von 1 GB RAM bis zu 24 GB RAM gehen. Festplatte ist unbegrenzter Speicher vorhanden. Standport ist der ganz normale Minecraft-Port, den ihr auch nicht ändern könnt. Slots keine Slot-Begrenzung, was ihr auch nicht ändern könnt. Ihr könnt höchstens einstellen, wie viele Spieler joinen können. Und die Laufzeit beträgt bei den Standardeinstellungen 30 Tage, aber diese könnt ihr auch auf ein Jahr verlängern. Der Normalpreis für einen kleinen Server mit 1 GB RAM, 30 Tage Laufzeit, beträgt 3 Euro. So, nach einer geringen Wartezeit könnt ihr auch auf den Server joinen. Ihr könnt den Server benennen, wie ihr wollt, was natürlich logisch ist. Und ja, danach könnt ihr mit euren Freunden Minecraft spielen oder auch ein kleines Projekt erstellen. Und das war's mit dem kleinen Video. Schaut, wie ihr sagt, bei nextsurf vorbei. Und dann sehen wir uns später.